Du wirst den zweiten, welcher Platz bist du? Ich bei der Grove gerade 0. Ja. Warte, aber warte, 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 ich hab... Hä? Antwort aber auf die Frage. Ja, du wirst den zweiten, welcher Platz. Aber soll ich was sagen? Ich bin viel besser, ich muss nur viermal im Monat arbeiten. Ah ja. Eher gut. Ja, wenn man nur von Halle nach Delic fährt, hingeht ins Ausbesserungswerk für Fahrzeuge. Da er nur an einem Vereinsfahrzeug arbeitet, bis hier soll er in zwei. 1144 Brain und Echse eskalatet. Welcher Wegs hat sich die Deserdarmen da zigzag, ich finde ich ein Flitflag. Welcher Gang seid ihr überhaupt? Äh, Ballers. Really? Ja. Road in Snow St. Balls. Fragt nicht welche Gru... äh welche Gang ich bin. Da bin ich im Grove. Wer hätte das gedacht? Mach mal weg von mir. Da überlegst du... überlebst du nicht. Aber ich glaube da bin ich gerade der einzigste, so wie es aussah. Einzige... einzigste existiert nicht. Ich werde angeschossen. Ja, damit jemand Ecken... Ecken... Dritte Straße rechts. Aha, okay. Aha. Na gut, ne? Da ist schon wieder nicht los. Geht nichts mehr, ne? Alter, ohnehin, warum sind die LCN Leute alle verpackt, ey? Ähm... Es ist ne Oberkörper, ne? Wo sind die LCN? Ja, bei mir ist die Hosen verwirkt. Wo sind die LCN? Du siehst nur den Oberkörper. Ja, bei denen sehe ich nur die Beine, na. Und die Hosen. Ja, moin. Der Hals. Erstmal in Discord, äh, Hassnachricht treten. Darf ihr raten? Hier vorne Richtung Parkplatz schießt irgendwo. Ich hör das. Noch nicht. Hä? Wo ist der denn? Boah, das war knapp. Boah, das war riesig knapp. Ich hatte kurz Angst. Ah, Bro-Jet. Aber wo da? Keine Ahnung. Ich hab euch gesehen. Ah, ja. Ja, ich hab nen Platten. Ach, die Wichse. Bleib in der Rad, es ist Dante hier vorne. Hab dich. Ich. Ich hasse euch. Kriegst kein Auto mehr. Oh. Fünf Minuten stelle Treppe. Oh. Ich werd hier gemobbt. Oh, fuck son of the police. Ich bin hier der Mobbingbeauftragte. Ähm. Wer ist gekommen oder gegangen? Ich will es. Ah. Es geht. Es geht einfach. Es geht einfach. Nicht viel. Wenn ich jetzt vom Modellbahnbau stream rübergegangen bin, bin ich live. Weil in dem Zeitpunkt, wo ich streamplatz wieder aufgebaut habe, haben die Nachbarn bei mir geklingelt. Oh wow. Sie fanden das nicht so gut, dass ich mit dem Drehimmel noch Gleise geschnitten habe. Du kannst ruhig stehen bleiben, ne? Du brauchst nicht weg drin. Wer tasert mich denn die ganze Zeit? Was ist denn eigentlich das Double für ein Fahrzeug? Ach, nur ich wurde auch selber entfügt. Lass doch mal den. Kann mir jetzt mal jemand callen? Was ist das Double für ein Fahrzeug? Die Double für ein Fahrzeug. Ja, was ist das für ein Fahrzeug? Keine Ahnung, warum? Wo bist du hin? Das ist für 100.000. Wenn ich denn hier vorbeigreihe. Ich gucke doch einfach im Internet. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ne? Halt die Klappe! Hä? Ich? Bei streamstipen wird Bann gegeben. Ich schwöre sogar. Maffien. Also, ich hab dich schon gehört. Hä? Alles betrogen? Das ist doch immer meine Brüche. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Alter, wenn man hier die Klappe nennt. Das ist meine Aufgabe eigentlich. Das ist jemand gerade lost, ey. Ich bin richtig lost gerade. Ich hab keine Ahnung. Hä? Ich hab dich schon gehört, die ganze Zeit. Ich hab schon gesagt... Oh, kommt sie hier jetzt? Kommt sie hier? Kommt sie jetzt? Okay. Löff dir einmal vorbei. Okay. Ja, ich hab die ganze Zeit draußen in die Büsche geschossen. Das Ding ist geschossen. Ich hab mich schon gehört. Da stand ich schon die ganze Zeit auch. Oh, Mama, Jimmy. Na gutem Fall. Jetzt weh da dahin oder? Nö, äh. Oh, sorry, auf wen du auch immer dich angeschossen habt. Äh, mach einfach mal Z oder U, dann müsste das vielleicht wieder funktionieren. Alter, ey. Der ist einfach weggegangen. Alter ey. Der Move war gerade gut von mir. Ja. Au. Ey, das ist nicht der Reader. Das ist Lama. I can do it. So eine abgeschwächte Version. So ein Fake-Account oder was? Ja, ja, so Downgrade. Hab ich. Yo, Olaf. Poundgrade. Was? Wer ist Poundgrade? Wurz. Wer ist JB 100 jetzt? Wo geht hier eigentlich Party? Ich seh die ganze Academy sagt, hab ich, hab ich, hab ich. Äh, Davies. Ja, ich bin David. Seit 20 Minuten. Was? Wurz. Was? Wurz. Und ich spring drüber. Ich... Jo, Olaf. Ja, läuft. Wo seid ihr? Aber, das geilste eben gerade bei mir. Ich komm mit Carajo, äh, in die Davies reingefahren, ne? Ich krieg immer von mir im Borla, Alter, den hab ich hier im Haaresbreite verfehlt. Also der, also, äh, der war schon, äh, hart am Leben vorbei. Guck mal, alles für Greta. Ich verändere mich mal auf. Oh, oh. Lass mich raten, du bist Lena. Das hab ich schon wieder dieses Lied drin. Warum bist du denn bei der Crew? Oh. Weil das immer gleich automatisch die erste Gruppe ist, die, äh, da zu stehen hat. Ja, das ist bei jedem so. Und weil ich keinen Bock habe, immer jedes Mal, äh, weiter zu tippen. Das ist zu viel Arbeit. Ich muss dann immer, ich muss dann einmal ein bisschen scrollen, dann muss ich das und das machen. Sonst. Ah. Ah. Ach. Was stimmt mit dir nicht? Ich bin so ein bisschen... Du warst gelb von weit, ich schwöre sogar. Ich kann dir die Ausnahme zeigen. Zeig dir die Ausnahme. Ah. Ah. Was stimmt mit dir nicht? Ich bin so ein bisschen... Du warst gelb von weit. Ich schwöre sogar. Ich kann dir die Ausnahme zeigen. Zeig dir die Ausnahme. Nee. Du warst... Du warst... Komm, ich mach mal. Warte mal. Ich zeig dir die Ausnahme später. Du warst gelb. Okay. Ich war rot. Sorry. Ich hab gehört, es gibt heute noch Blood Outs. Nein. Hä? Du warst grad von hinten eingeschossen. Aber ich bekam es oder so. Ich höre hier Schüsse. Sehe aber nicht von wo. Hä? Ich hab das irgendwie ein bisschen zu spät gecheckt, dass der blau ist ohne Glieder. Irgendwärts von Schwepter. Ja, ne? Ja. Ja, das ist Leon... 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 Mal wieder. Der rafft es einfach nicht. Welcher Gang ist der? Äh, guck. Wo ist der mein Mate? Ich will doch mal Zeit, den ich dem er suche. Ey, Schatz, sieht das geil aus oder geil aus? Ja. Okay, das ist scheiße. Nee, es geht wirklich. Ich bin ganz witz. Ja, sonst müssen wir wieder Tokens, damit ihr alle meine Autos lackieren. Du hast Helder mitbekommen oder nicht? Ja. Also? Das ist gut. Aber du hast 4.000 gefunden. Ja, also ich auch. Nur, sagt er. Hallo. Slash Tokens. Geht mir nicht. Ah, doch, ging schon. So, hab genau 1.000 Fahrzeugteile. Nein, hallo. Oh oh. Oh oh. Ich bin gleich tot. Aua. Es kommt von überall welche. Digga, wer tasert denn hier rum? Guck mal, noch jemand da hin. Hier ist jederzeit angetastet. Ike! Ey, Schatz. Wer da? Wir gehen aber nicht schlafen, ne? Gehen wir das? Ja. Ah ja. Ja, ist gut. Wett mal eine Woche wach. Hm? Wett mal eine Woche wach. Ne. Wett mal hier stehen, ich pass auf. Leoxel ist ja hier bei mir. Ich schau mal, wo der hinfährt. Was ist das für ein Kuck? Ich schau mal, wo der hinfährt, ne? Heute geht bei mir auch nichts. Heute Mittag ging was über jetzt. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Bin ich immer noch bei... Oh, der hoch ist weg. Leo, Xa hat mich gewohnt. Wo ist der denn? Lleif, Lüft. Bin ich immer noch direkt genial, ne? Nein, bist du nicht. Ach komm, ich wechse das Team. Ich geh rüber zu euch. Kurz nachdem du offline bist, hat der dich... Kampo an oder was? Ja, ja. Da hat er dich dann direkt getiltert. Ich hör den Taser. Ich hör den Taser. Ich hör den Taser. Ich hör den Taser. Ja, genau. Er hat dich getiltert und auch direkt. Ja, move. Hä? Very low, bitte. Das finde ich jetzt irgendwie komisch. Ich darf aus der Haut draußen hör den Taser, sehe aber niemanden. Oh, wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Ja, so ungefähr. Das wäre. Danke. Was, was, was? Ich wollte gerade sagen, wer, der hat 3AB. Nee. Ich hab den nicht mal getötet. Ja, richtig. Ich... Achso. Ich wollte auch den killen. Nee, hallo? Hallo? Er gönnt ja doch nicht, ne? Nee, bei mir geht heute den ganzen Tag nicht weiter. Oha! Oha, hast du Team gewechselt? Ja. Keine Lust mehr gegen mich zu spielen. Nö! Ich werd getiltert. Rito, wer ist das? Hä? 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 Äh, ich glaub ich könnte schon wissen wer das ist. ير? Wer? Verrate ich nicht. Ahahahahaha! Ah! Ahah. Ich wucke schon wer das ist. Ist das Depp oder was? Wer war ein? Der Retro Custom sieht mega sick aus. Ist das weiter mit denen du fährst? Der grüne mit den Felgen ist mega nice. Ich finde dieses grüne Unterboden mit dem Felgen so nice. Check mir die Feature. Aus mit den Feature. Allein schon, dass mich Ace vorhin sogar bäscht hat, alter. Normalerweise hat der mich nicht einmal geholt. Hiltzerwack. Äh, ja was ist da nun? Ist die C4 Kiste noch da? Oder ist sie so zerstört? Echt? Echt? Wie ist das denn da denn? Lol, die kämpfen einfach nur und haben es direkt zu stört. Wo denn? Aua. Was? Give me a call. Ja, an der Tankstelle rechts die Straße lang. Da waren eben. Da waren eben. Ah, ich hör, ich hör die schon. Ja, und in Dings, äh, Placker sind sie auch drinnen. Äh. Waffe wechseln. Ich bin beschossen. Von irgendwoher werde ich beschossen, alter. Was ist denn? Ja, der kommt da grün vom Fire Department, ey. Der ist hinter der. Ja, der kam vom Fire Department raus. Was ist los? Hallo? Hallo? Ich höre nicht. Ist ja wieder der Mexikaner. Andere würden jetzt sagen, guten Abend. Wollte schon grad fragen, wo habe ich jetzt meine 100 Tokens her? Oder 30 Tokens. Das kommt wieder von allen auf die Plätze. Thomas. Warum hätte ich jetzt nicht meinen Menschen schossen? Alter. Weil sie träumen. The Troller. Konzo ist der. Ich weiß nicht mehr, das glaube ich. Naja, der heißt auch Konzo. Alter, dieser Tesseract ist so schlecht. Ich kenne nur jede Minute Fahrzeug ausmachen. Wieso hänge ich? Genau. Schmeißen wir erst mal auch ein Spiel raus. T-Mate, was ist denn los mit dir? Junge, du hast es bei mir nicht an. Nerf nicht. Du bist ein Mixer. Wow. Ich hatte bei dir nichts an. Wie schnackt du gefahren oder was? Ich schwöre sogar. Er hält einfach drauf. Ja, eben war auf jeden Fall da. Ja, aber weißt du nicht. Der Gegner. Wow. Komm mal vor, bitte. Ah, streckst du nicht ein. Ich bin schon im Ausparkding. Ja, moin. Da kam die Kamerstelle. Laufen. Ich hab nur Platten, Alter. Ich bin nicht weg. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ey, wir haben gerade mal halb zwölf, ne? Echt? Tatsächlich, ey. Wow. In 6 Stunden wäre ich hier schon wieder 24 Stunden wach. Geh mal schon mal Trinken holen, aus dem Motto immer ins Zimmer. Sag mal. Kriegt man da keinen Schaden, wenn die Tankstelle hoch geht? Keine Ahnung. Ich hab eben extra zwei Tankzollen in der Luftgeheer, damit der Typ stirbt. Aber ist nichts passiert. Oh, dann stell mir doch das Bein. So. Wieder da. Weißt du, ob man keinen Schaden bekommt bei der Tankstelle, wenn die Luft geht? Doch, bekommst du Schaden. Echt? Echt? Ein Todesschaden. Das hab ich letztes Mal auch schon gemacht. Hab auf eine Zabsolle geschossen und 3 Ballers mitgenommen. Hab 3 Kills bekommen. Digger, abschauber du! Was hab ich gehört? Gab's auch noch ein EXP-Event? ja ernsthaft ich will nicht immer ne scheiß Weste ziehen nehm ne aktive wer ist denn hier Kohli da wenn mich noch ein aber um die OZ wird das immer eher schwierig da Sante da ist einer von den Reels da Welcome to the Moorland Ach die sind hinten bei der Feuerwehrwache oder was Ja Ja Hab ich mir die ganze Zeit gesagt No low Ja Geht so ne Wenn jetzt auch wieder früh sein Ach man warum werde ich denn immer von den Seiten angeschossen Aro Hasso aus Nein Ja Olaf hat 46 HP Okay Hallo ich von allen aus Ehre danke Ah Ja Ja Ach Benz ist ja noch da Und wie immer mute Oha Wer auch immer das war Ja Pinky Wo ist denn Wo seid ihr denn alle Pizza Pizza hat Pizza hat den Pick'n'Ride Chicken Pizza hat Ja Dank So Knarke Er Auch Schöne Auch Weil ich gerade Wie ist eben Auch wenn we k mein Werner das ist schon Ich bin viel zu im Arsch, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Fangen. Beste Option. Fangen. Ich muss reinhusteln mit mir, weil ich morgen frei hab. Ich auch. Ja? Ich muss erst dann erst noch arbeiten. Wer? Ich. Bin tot. Ich mach aber auch gleich aus. Ohhhh. Ahhhh. Hallo. Hey, jetzt ist schon wieder Buggy, Alter. Ich hab' ich heute gleich. Kann man jetzt eigentlich Aufsätze abmachen? Mega weird. Leider nicht. Willst du mit? Warte, fang mal gerade auf. Ja, fang. Was will ich? Wohin? Fahr mal jetzt links. Dann wieder links. Nee. Dann bleibst du hier stehen. Das denn? Oh, da waren wir alle stehen. Wow, Alter. Gar nicht, was ich denn hab. Super. Du kriegst raus. Geht das immer noch nicht mit den Waffenaussetter machen? Äh, dann brüche ich morgen das Update, weil das wollten die Leute heute nicht. Okay. Okay. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Oh, moin moin Dev. Wer macht das? Oh, ey. Brown. Schütte mich gleich. Ha, ha, ha. Ey, ich glaub ich back hier irgendwie in der Mülltonne fest. Du bist zu Hause. Wer war das? Ne, oder? Der töte mich mal bitte. Wauw. Wauw. Achtung. Dies ist kein Test. Hier spricht das Notfallimortragungssystem von Revive Gang Wars. Wir vergünden den Beginn der einstündigen Purge, der Säuberung, die offiziell von der Revive Gang Wars Regierung zugelassen wurde. Alle Waffen der Klasse 4 und Niedriger sind für ihren Einsatz während der Säuberung erlaubt. Alle anderen Waffen sind nur begrenzt genehmigt. Sobald die Sirene ertönt sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für eine Stunde erlaubt. Gesegnet seien unsere Gründerväter und Revive Gang Wars eine wiedergeborene Nation. Möge Gott mit ihnen sein. Was ist? Ich glaube ich geh absolut die Cripshoots her im Endeffekt. Ja, wir gehen Cripshoots. Stop, komm. Duuut. Ja, Mann. Jetzt häng ich dann noch nicht fertig. Komm, kaum bin ich da. Wart er das an. Oh, da. Ja, jetzt war richtig Captain hier. Also Smoke hat mich schon mal weggeholt. Ich weiß. Das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Uns. Hast du den angeschossen? Bei mir war er grün gewesen. Deswegen. Ich sag doch, er hat alle Farben suchen durch. Flaylag. Ja, ist es. Wieso habe ich jetzt einen Out? Ja, Crips. Ich weiß. Ey Schatz, nix neben dir. Ja, ich weiß. Hä? Robin. Du hast schon AK, Alter. Ich hab keinen Bock. Warum hab ich schon AK? Das packst du rum. Mal hab ich sie mal nicht. Mal hab ich sie mal nicht. Hä? Hä? Der arme. Es wird ausgleichen. Oh, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Ah. Oh. 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 Wo seid ihr? Hallo? Seid ihr wieder zu den Crips gefahren? Ich bin noch tot. Ey, ist VDM jetzt erlaubt? Ja. Oh, nichts halt. Kann man sich in der Karte da wegschauen. Wie heißt das Zauberwort? Nein, sterb nicht VDM. Wurde nicht? Oh. Höh, ne? Ja, ne? Ja, was willst du sagen, guck mal, ich kurz vor mir da nach. Da ist das eine Idee, Olga. Oh, komm mal. Oh, oh, das kommt. Oh, WHOO. Okay, jetzt reicht's. Jetzt kommt Mellow noch dazu. Warum steckst du aus? Ich geh mich gleich verkriechen. Wartet auf mich. Wenn ihr vorhin auch in der Garage seid. Ich bin noch in der Garage hier. Der ist nicht low. Nee, von dir war so low. Let's do it. Kann man nicht. Ich geh jetzt auch rein, ne? Weint doch. Bullpup! Bullpup! Wie sie alle hier hinfahren! WTF? Wir werden das jetzt. Ach ja. Dragby ist ja auch hier erlaubt, ne? Wenn er purt. Alles erlaubt. Kannst du die mal umfahren? Ja. Ich bin ja die ganze Zeit überfahren von Drauten. Scheiße. Ja. Ich hab ihn aber ohne. Ja, ich hab ihn aber ohne. So ein Opfer, Alter. Oh, ich hab's eierlich. Ich bin tot. Ich hab's gar nicht gerafft, Alter. Wow! Sie lassen einfach kackenfrei stehen! Natürlich! Warum ist sie nur so fröhlich? Keine Ahnung, da haben wir gerade einen Platz tief. Äh, ist das ein Dorno? Ich geh auch klein. Jo, Peace. Von außen. Jo. Bis dann. Viel Spaß noch bei Putsch. Ja, danke. Das ging ja gut bei mir. Passt für mich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. So fröhlich. Du bist so fröhlich. Wasrefleht. Er war halt mich umgefahren. Und Smoke hat mich getötet. Van Rie Leight verliegen. Ich hab Maid umgeschnitert. Der 31er ist ja nichts neues bei ihm. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Oh, Dante? Der Moor war gut. Dante, das war gut. Das war gar nicht, Dante, das war Steve. Der hier gerade in den Camacho war, das war da, der sich gerade weggenietet hatte. Ich check hier gerade nicht mehr durch, wer wohin ist. Der ist so doof, Alter. Der kann nichts machen, wenn er vor mir steht. Doch? Nee, ich konnte nicht schießen. Doch, wir werden angegriffen. Und wo? Passt auf, wenn die rausgeht. Steve steht da. Steve. Der real Steve. Da steht er hinter. Er steht direkt da. Ich wollte gar nicht mehr aus dem Haus rauskommen. Warte mal, wir gehen gleich zusammen raus. Nichts besser. So am Abstauben, ne? Richtig wie KD Putsch. Ja, ich hab ihn geholt. Das ist schon ein bisschen lächerlich vom Gehörfemination anzugreifen, wenn fast gar keiner mehr da ist. Ja. Ist schon ein bisschen traurig. Ja, wo greifen die denn an? Der ist Putschi. Wir müssen aber als Orders reingehen, Steve. Die greifen jetzt Putschi an. Das ist unsere Zone. Ich hab hier den pinken Camacho. Wer will mit? Flex. Hex. 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 Moin. Moin. Servus. Moin. Ah, ihr müsst wissen das, ne? Play, Mellow, Mark. Egal, die werden jetzt weggeflext, die Kackelappe. Was erlaubt sie sich da unten? Komm, wir fahren runter zur West Putschi. Weißt du, Alter? Da müssen wir sich einfach nur entspannt hinsetzen, Alter. Warum zocken und plötzlich, ne? Aber... Plötzlich stützt man hier. Ist West Putschi das mit der roten Flagge? Nein. Das ist ganz unten links West Putschi. Beifach in den Pistern. Hier links. Ah, da. Dies halt mal kurz an. Ich häng immer noch raus dran, oder? Doch, fess jetzt gerade aus. Jetzt, danke. Steve macht die alle wieder Solo-Welt, so wie gestern. Ich guck mal kurz, warte mal. Ich will mal kurz 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 gucken. Smoke is online. BD is online. Mellowstone... Links wieder? Playlight is online, das ist hier. Ja, Playlight is online. Playlight is online. Da sind sechs Leute. Ach, äh, ja gut. Hier rechts? Ja, äh, du bist gerade beim besten Fahrrad in ganz Los Santos angekommen. das ist noch schlechter als ich und ich wusste nicht, dass das geht du bist so behindert auf jeden Fall fährt da ein Auto rum, von dem habe ich gerade gesehen ich werde dich schon rumballern mit Ecke, verstanden? damit Marc sich wieder auflegen kann doch einer weg, zwei habt ihr den? die fangen ja direkt mit Ecke an also let's go ja nein ich bin tot ja ich bin auch down ich bin aber auch lecker da ey baum Digga, am besten versteckst dich irgendwo hinter nem Baum oder so und schieß von da weil dein Aim ist absolut nicht HALT DICH LERF HALT DICH LERF der hat 30 AP gehabt, ne? der mit nem weißen Zug hat auch low AP krass was, dann musst du auf Steps hören ja ich bin tot, Playlike steht in der Zwischengasse in den Kanälen direkt da wo ich stand komm jetzt einfach brauners achten mach hin ja chill deine Eier ich hab grad einmal Rage gestartet und plötzlich jetzt das 20 mal geöffnet gefühlt er ist natürlich geil aus dem also ich würde jetzt sagen es kommen die ganzen besten Fahrer von ganz Los Santos mit nehmt alles was ihr habt die muss irgendwo noch irgendwo außerhalb sorry und hier auch irgendwo rein? bei dir? äh ich bin Camacho einer ist gerade abgebogen ich sehe einen fester Neon Playlike sind Neons hier die sehen da kommt da kommt straight noch einer raufgefahren geradeaus weiter die Proteste ne als dies da kommt die KTO zwei besetzt so du kannst da pushen sie wohl, wo ihr gerade gestorben seid, da pushen direkt zwei Leute ich hab diesen Leon ja absolut nicht warm gespielt, ich krieg so auf die Schnauze gleich der toder Sieger kommt keins noch gehört versuch doch wenns geht Autos abzukaminiert äh totseitend ne beim iGamer hat es gefreut, dass wir uns angreifen wollen iGamer hat es so hart oh ich hab nen Bug alter, ich kann keine Schutzwesten nehmen geht bei dir auch wieder los? Ja Alter, komm tu fuck ey hier oben sind zwei Leute circa ah, eh, passt auf, tu fuck ist auch da hier ist halt so hell ne, ich seh fast nichts zwischen die Lampen ah, ich könnte jetzt werden, Broke steht jetzt vor unserer Tür im KTO im KTO keiner von uns mit dich da fallen auch direkt drei Platten, alter Leon ist da äh, Rem, du weißt schon das Pursche geht weg von der Gruppe man und äh, acting ist nicht geküsst okay oha jawohl ah, okay der ist, äh, wieder Tiersko zocken was, wer? Rem oh, warte, ich hoffe, um okay ja, ich bin auch dead mal einsteigen, ich hab noch einen Platz rein okay hief die laufen äh, mit sich so rum, ne in der Mitte und einlassen die, glaub ich, aus, wenn die alle down sind in der Mitte Hep cack dann ich bin auch die packe aufer sie hier die 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 Geh, ich schützt auf ihn. Ja. Vor allem hinterher, ist es mit am Ende. Ich weiß was jetzt nicht. Es ist ja immer noch Perge, ne? Ja. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr erinnere. Aha. Wollen wir von hier laufen? Ja. Alles klar. Wir möchten jetzt laufen. Man verteilt euch ein bisschen. Guck mal, es ist zu zweit. Und spielt mit Deckel. Oder mit Headplitch auf dem Dach irgendwo hingehen. Geht's so hoch? Ja. Aua. Du bist hier wieder hoch, du kommst auch nicht lang. das ist die oh mein Gott die pushen mich mit fünf Mann wo genau äh die ganz linke Seite scheiße alter die stehen die stehen alle in der Hütte drinnen die haben mich gerade auch gepusht jetzt habe ich keine Ahnung wo die sind waren wir gerade auf jeden Fall was für Gott verdammte Uschis kommt sofort wieder die Laufens die Laufenskarte die Laufenskarte raus ja alter und wir werden schon vorne er hat eingangs schon abgefangen von Broke Verlust down um mal auf der Kugel er hat die Witzensburg aber die Warte 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 Lerdeck ist um uns wasser hier reingesprungen jetzt noch oder bist auch schon dort oder hat er oder wer hat aktive Lerdeck ist unter der Brücke hier oder oder einer 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 Brücke bei der ist das war es geht ja direkt vor mir ein Gruppler und um er Prozent ausgelöst hatten jetzt die Klaus Momente auch an die Kürtel das ist leckerlich weil jedes Mal wenn ich Auto auspacken es ist die hast du den die kommen alle gleich alle tot von denen probieren auch um um jetzt beim ersten Die Autos, fang die Autos auf. Ja, das ist super, die sind drin. Ja, die sind hier bei den ATM. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Sorry, Axi. Alles gut. Ich hab auch an Leon. Mellow. Ja, wollen wir da nicht einfach rumfahren und die ganze Zeit wegdrive bei. Achtung. Ey. Komm mit sich, der kommt mit sich. Dritte Brücke. Kann man denn so sein, ne? So zu, gerade so eine Missgeburt. Vor uns kommt da einer. Da ist oben Playlake, ist hier oben. Der kann nicht durch, ist das abgelehnt. Nice place zone. Nicht dabei, Auto auszuparken. Wir werden gerade weggecampt. Ach, wir gerade vom Broke. Ja. Ich hab Broke. Hatte. Okay, let's go. Warte, ich fand ne neue Weste. Du brauchst keine 52k mehr. Du brauchst nur 500. Wie? Willst du einen? Wann? 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 Das Ding ist, die sind gerade absolut nicht gut. Aber wir werden die ganze Zeit gehindert, außer Hood rauszufahren, ne? Ich schreib gar nichts mehr. Kannst du doch nicht beschweren, das ist Pörsch, Digga. Ja, sonst krieg ich wieder Anschluss. Ich könnte die Pörsch einfach beenden, aber jetzt mach ich's nur. Äh. Wo seid ihr? Da auch? Hm. Da sollten die anderen zwei da rummachen. Das darf die Theorie schon raufbefahren. Scheiß. Vor uns am Film. Ja, eigentlich kannst du die auch rumfahren, das stimmt. Ja, aber ich brauch gleich ne neue Weste. Ich bin gleich so, bin gleich tot. Ich auch, ich auch. Ich auch. Neue Weste und Verbandsgarten. Wird richtig weh schon. Wann geht's gerade? Ach, scheiße. Oh nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Alles gut passt. Scheiße, muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg. Wir sind alle in der Zone wieder. Oh, sagt er doch gleich. Ein effektisches Todes. Alter, der Zufach hat mich abgefangen, Alter. 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 Irgendwie hackt man eine Anzeige für, äh, den Gangfight. Lays down. Ja, ich bin schon wieder tot. Der Lus hat mich. Von Broke, Alter. Der Dachdecker hier. Ja. Da ist noch einer rumgesprungen eben. Da kann ich. Ich kann nie hier vorne rufen. Oh, der ist nicht los. Aua. Leila. Ist er hier links, oder wo? Links, 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 oder? Oh, ne? Ich hab doch gesagt, da waren zwei auf dem Dach. Hey, Deluxe. Nein, der hat 28 AP überlebt. Er sagt ja irgendwie, äh, ach. Okay, ich wurde mit 3 mal umgeflüchtet. GG. Ey, Dicke. Ja, Alter. Ich häng jedes Mal in dem Fasselkatalog drin, ja. Ich bin rein, das verpacken, Digga. Ich drücke kein E. Und gehe trotzdem immer wieder rein in diesen, in dieser Garage. Da oben auf dem Dach. Ja. Ja, I'm dead. Ist er tot? Ja. Meine Fresse, Alter. Wirklich nicht, wenn man so nerven kann. Der nächste, der da ist! Hab ich. Heute wird ich noch für dich sauer. Ja, schön nachschießen, das gefällt dem doch immer. Ich glaube, ich, äh, ich hab gehört, es gibt da gleich einen Gegenbesuch. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Sonst ist die Purge vorbei. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Sonst ist die Purge vorbei. Der IGAM hat gecrollt, dass sie uns anreifen wollen. Ja. Wir sind gleich gleich genau rechts. Ich verstehe auch nicht. Könnten sich eigentlich nur ein einziger von denen in die Zone stören. Der Rest könnte uns spawn-traten des Todes doch eigentlich. Ja, eigentlich schon. Aber wenigstens machen sie das nicht. Du wirst alle. Ja, sie ist ja, mach mal. Ja, komm, mach mal's. Die ist jetzt so. Hast recht. Gibt die an, in die Zone fliegt und ich facken die jetzt ab. Hast du was Schnelles? Ja, eigentlich ist das keine Übung, Leute. Ich kenn das Haus von denen nicht. Ich kenn das nur von M+. Aber dafür müssen wir die erstmal töten. Ja. Tötet SP4s Eierlicht. Drei Leute sind von denen gestorben, also vier eigentlich kamen. Ein GTO kam grad wieder an, da wo wir geparkt haben. Ja, das ist Leon D und Playlight da drin. Ich glaub das Haus ist, ich glaub das Haus ist wie in auf der Straße da. Glaub ich jetzt. Guck die Decke da. Ist glaub ich die in ihrem Haus. Boah, ich hab jetzt absoluten Nebel. Darf ich hier hochklettern? Na klar, alles ist erlaubt gemacht. Es ist ja ein absolut dreckiger Spot hier oben. Zaylag hat mich. Ja, die haben gewonnen, Alter. Was? Die haben gewonnen, die Zone ist vorbei. Ja. Die kommen nicht aus der... Revive Familie hat das Gebiet in Westputschi gewonnen. Die müssen groß sein, damit wir überhaupt Reinwurz angreifen können. Die haben Baustellen und Reinwurz als Kolo. Ähm. Du siehst wieder am Anfang. Ah, du bist down. Ah kacke, ich bin down. Habt ihr das Haus? Das, das Haus hier haben die, ne? Das Haus hier ist die, Eva. Ich hab Leon D zum... Ich hab grad erst mal schön einen VDM von denen nochmal mal wegfahren. Ich weiß ja egal. Ich hab schon wieder auf diesem Dach. Nee, das ist Jizzy. Hab ich. Der kommt eh jetzt nicht mehr aus Steve. Der wird jetzt eh was schreien, werd ich mit dir. Warte! Du möchtest das jetzt machen? Richtig asoziale Scheiße. Warte, ich komm mit. Oh, hier hinten ist doch ein Haus frei, gell? Wie viele Sitzpässe hat der, äh, Afti? Was? Wie viele Sitzpässe hat das hier, das Auto? 2, glaub ich. Frag ist, wie lange ist eigentlich die Scheiße Quatsch? Ach. Kannst ihr den immer noch Tiefe, Härte, Stärker machen? Boah, ich weiß nicht, dass er den grob für einen so auf. Okay, easy. Vielleicht ein bisschen Bro gegenwann. Ich hab doch den Quack, ey. Ach, schade. Da. Was Blay, leider. Wack, ja. Wir warten eh jetzt, bis Blay, wenn es wegkommt. Weckowuchert. Mal kurz zu lassen. Es ist kein Schwein da. Es ist kein Schwein da. Es ist kein Schwein da. Und, äh, was wird mit den Waffen gefixt? Da irgendwie was? Dass sie nicht mal 2k kosten, sondern... Aua. Richtig spätig geworden. Ah, okay. Ey, dann wird dein Auto geklaut, Braun. Ich bin so Epi, Alter. Ich hab mein Auto geklaut. Ach du Scheiße. Ich komm zu mir jetzt, Steve, ne? Wie viel kommen alle? Die holen sich grad alle während... bei dem Haus spawnen alle weg, ne? Hätt dazu kommen die vor allem. Oh, wieso gleich... Ich sitz im Busch. Ich bin bei einem Ohr. Nein, nein. Scheiße. Nice, dass ihr VDM warst, ich hab mich direkt gekillt. Die ist an der Garage, die kann ich reingestiegen, weil sie nicht aussieht, oder nur. Wow. Ich hab eine Faser anziehen, Kollege. Irgendwie hänge ich fest. Mir reicht's jetzt. VDM, die ist jetzt einfach die ganze Zeit mir egal. Es ist noch Purge, darfst du? Ja, richtig. Warte, die ist jetzt bei dir. Kito, schau mal, was hat die? Gibst du mich jetzt alle? Gibst du dich wie Steg gleich mal aus, du. Mann, ich hab aber Platten. Ja, kommt mal alle zu Öl. Oder ja, genau. Geht mal zu Gigi in der Hood. Und ja, dies und ich holen Öl. Es ist halt noch Purge, ne? Welches Haus ist denn jetzt von denen? Du könntest auch die Garage, wenn du von unten reingefährst, ne? Das rote Haus da. Das ist so brown, das rote Haus, Alter. Ähm, siehst du auf der Karte dieses... Auf der Karte sind zwei Häuser auch noch frei. Im Haus. Natürlich. Ich bin tot. Ähm... Ja, ich hab ein zweites Haus. Du siehst doch, da sind zwei Häuser nebeneinander frei. Das ist ihr Haus von vorne. Dann fahr deinen Ausweg und holen vier Sitze. Okay. Ich kann keinen ausparken. Ähm, braun, niemand muss das bisschen mehr sneaky-mäßig machen, glaub ich. Also, ich bin grade in die Hood reingepusht und hab vier Leute von denen weggerührt. Einfach die Haustür abkämpfen. Ich bin rein gefahren, weil sie sind tot. Das ist doch Purge. Ja. Ja, hat jemand... ...n... 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 Oh, das ist ja... Wow. Aber... Ah, super. Fahr vor, fahr vor, fahr vor. Fahr flack, fahr flack. Komm. Oh ne, der Wässer. In dem Spangen. Oh ja. Du! Oh. Deswegen sag ich... Das ist so ungünstigsten Zeitpunkt. Ja, easy. Ende. Du! Ach, du! Hast du verrückt mit dir? Die sind jetzt eh nicht mehr genug. Safe. Safe sind immer genug. Die rennen doch zu fünf, vier, sechs, was weiß ich, in der Crips rum. Ja. Da bleibt man hier still. Ach wohl, das macht eh keinen Fall mehr. Das ist aber natürlich ein verhandler Zielschreiber, ne? Dann kommt der. Der hat gerade einen Teerteller. Warte, ich bin nicht drinnen, Alter. Wollen wir das Dach hier hoch? Oh, wir greifen, wir greifen an. Wieso greifen wir denn Öl an, Digga? Seid ihr komplett getanet. Wir haben gestern so oft die Fresse bekommen, ne? Ja, wir... Was schalte die Fresse ist nicht? Das ist ja die Wahrheit. Halt du dir doch mal die Fresse. Halt einfach das Haus ab. Hört, das Haus abkämpfen. Alles klar. Damit keiner mehr rauskommt bei denen. Wir haben halt noch einen OJ im Auto, ne? Ähm, ähm. Egal. Die fahren schon weiter. Häääh? Die Jucken. Ich... 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 Ach, Steve. Das ist hier schon wieder so. Kannst doch einen Low Car schreiben. Kann auch mal ein Sticker schreiben. Ja, natürlich. Ob man überhaupt hier komplett nach oben, Alter? Wie lange kann es das Auto eigentlich? Das? Ähm... FPS... Ähm... Ja. Wie geil ist das, wenn sie sich mal gewandt haben? Wie geil ist das, wenn sie sich mal gewandt haben? Oh, Alter. Ja. Oh, Alter. Wie... Haah! 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 Ich bin tot! Ähm... Nein, ich bin tot! Wissen! Ich hab Melo noch getötet! Oh, wir werden halt immer noch weggekämt, Mann. Oh, wir werden halt immer noch weggekämt, Mann. Bro, blöd, bro. Oh! Einfach so lange. Kommt bei mir komplett aufs Dach hier hoch. Ivaniot, zu zweitbeste hier oben. Komplett oben. Ach, dicker, scheiß Crip, Blatt, Wichser, Fotzen, Dexter. Ich hab wenigstens Mellow mitgenommen. Nein, ich hab Beuys gesagt, ich hab alles über Beuys gesagt. Das geilste ist, ne, ich sag's im Auto, die sind alle weggelaufen und ich schieß wieder weiter, ne. Warte, wie hoch. Es ist halt so low, Mann. Ups. Sorry. Mann. Wir kommen halt nicht aus dem Hut raus, das ist behindert, ja. Ich fahr ihn um, du schießt ihn tot. Ich bin schon im Auto, ich fahr nochmal rüber. Ja, ich schieß ihn tot. Der war doch nicht da. Er ist tot, er ist tot. Platz, weg ein. Wo seid ihr? Oh, oh. Ich... Was? Ne, ich fahr nicht. Heul doch, Mann. Das, was? Wie war denn nicht an, was ist denn los? Verpies dich, Blöden. Werfen es jetzt, was mit dem Mal Öl oder so? Haben ihr genug Zonen? 14, Alter. Jetzt sind die angekommen. Wir sind auch auf dem Weg hier. Jetzt sind die da. Voll gleich. Das ist ja auch schon. 180 Stück. Aber wir kommen jetzt auf das Dach, dann würde ich das verändern. Ach, damn, verdammt. Sterbt alle nicht hier. Ja, versuchen wir. Die überlegen, wie man auf das Dächer hier kommt. Wette ich mit euch. Haben die das schon geübt hier? Wo man am besten irgendwie aufs Dach hochkommen kann. Man, sind wir langsam. Wir müssen einfach durch oben bleiben und sterben und issten. Das Auto hat genau unter uns angehalten. Flieg, Auto, flieg! Also wir sind gleich da. Und die sind überall auf dem Fahrplatz. Und vorne am Strand irgendwo. Aber nicht sterben. Das. Ich hab irgendwie einen Runterspringen gehört. Noch einen. Also wenn, 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 wenn Aktie fährt, äh... Dann muss man sich doch irgendwie nochmal anschnallen. Ja. Ich hab schon überlegt, extra Sicherheitsgurte zu bestellen. Und auf deiner Seite einer. Du bleibst einfach hier in dem scheiß Busch, Alter. Das ist Mellow, das ist Mellow, glaub ich, auf deiner Seite. Ja! Ey, ich hör mal nicht zu. Hallo, ich kann dich ausstellen. Sind wir beide totaktig? Also ich leb noch. Ey, willst du mich verarschen? Vielleicht nicht, du bist, die haben dich auf dem Auto geballert. Nein. Äh, da war noch so ein großer, äh, äh, Tank gewesen. Du hast nicht dagegen geschossen, Alter. Oh, Brock ist schon wieder da, ey. Ich bin schon ausgestattet. Und LCN ist auch da. Haben noch einer hochgelaufen. Das sind alle hier komplett um. Einfach nicht sterben. Wenn ich einmal stehe, ob es alles klar ist, nicht. Weil ich hock mit dem Busch und mach gar nix. Äh, die sind alle hier um, die gucken grad, wo wir sind. Ich... Die wissen nicht, warum ich bin. Ja, ich bin auch... Ja, alle, äh... Die campen hier. Ah, ich bin nicht mehr in der Zone, Alter. Oder doch? Ich bin genau in der Zone. Auf 500 mach ich das, Steve. Auch für 5 mach ich das. Auch für gar nichts mach ich das. Also auf jeden Fall sind auf deiner Seite, Steve, ne? Drei Leute oder so. Kann ich ne Panzerfaust kriegen? Müsst du jetzt bei Death beantragen. Beantragen, Alter. Wer ist da? Ja. Vor mir läuft auch einer. Ist das Laster, der geschehen ist? Ich glaube ja. Ist grad einer runtergesprungen bei mir. Play. Down? Du, Death ist da, ne? Death ist da, ne? Vielleicht mal hock hier und mal frage ich mal eine beantragen kann. Oh mein Gott. Tut mir so leid. Das hat mich das so Steve gebildet. Alter, ey. Geh sie und broke die Beine, eine, die kämpfen übel. Ich hab' nur zwei Stück in Gang rein, wo du grad reingelaufen bist. Da. Da kommt, ey. Links von euch kommen drei Leute rein. Pass auf, Aki. Hier oben auf dem Dach. Hier auf dem Dach, äh auf zwei Dächern stehen die hier, ne? Was? Mann, Neil. Kack dir, kack. Kack dir, kack dir ein. Natürlich wegen mir. Ist doch okay, Mann. Ah nein, Benno. Ich hab' nur anderes Problem, ne? Ich werd' von drei Leuten verfolgt. Ich lauf' einfach vorne weg. Juck mich nicht. Bist du auch schon wieder tot, Dante? Ja. Na, du mich gefunden hast. Wie lächerlich die uns vor dem Camp, Alter. Echt so. Benno die bitte. Wicht einfach nur auf unserer scheiß Wut wartest. Ja. Du kommst raus. Du kommst raus, du hast noch mal kennst. Ey. Die hab' mich mit drei Mann verfolgt. Ich bin tot. Die kriegen keine Punkte, ich bin auch drin. Ja, ich hab' das Ding gesagt, ja. Ey, Gizzy ist doch LZM, oder? Oder Gizzy, oder? Wie auch immer, was das ausspricht. Nein. Warte. Warte. Ich hab' kein E gedrückt. Kein' gar nix, ey. Sagt jemand ein? Oder? Ich hab' mich wirklich rausgezogen. Ja. Das ist so. Aktli bist du drinnen? Musiker. Ach du braun, dann kommt die mal ums Punkt rein. wird machbar er macht noch ja es braucht schon wieder jetzt schon kein Bock mehr wo seid ihr auf dem Weg kommt ja auch kamen aber ich gehe auf ich gehe ein Geld nicht über eine kurze Zeit nach deinem Bett was und dann bist du so inaktiv die haben drei zonen kann die nicht angreifen die auch genau deswegen inaktiv lasst du es so früh jetzt lasst du bist du drinnen bei uns ich bin auf der Jagd drauf das müssen wir machen jetzt alles klar nee das ist echt ein leichter so gut ich einfach nicht so Busch Camper die alle auf dem Dechland da oben bis mit dir wenn du Snap jetzt nicht so eine 2 Damage was hab ich gehört was hab ich gehört Busch Camper for life ich hab nichts gesehen wow kann man noch weiter gehen ja ja lasse ja du kannst dich rausgehen alter ich kann sie auslassen weißt du was ich sehe jetzt keine Weste ich gehe jetzt einfach raus so sie nein bro jetzt nein oder bro wer steht das hier bro fuck die werden nicht direkt in wir sind aber wieder drin wir sind wir hier drin in der zonen So, achso. Lass uns wieder einmal in den Busch zu gehen. Ich geh wieder dahin durch den Busch. Das war der beste Platz, wo ich hier in meinem Leben hatte. Ich geh wieder dahin durch den Busch. Warte weg, warte weg! 2 Leute haben mir vorbeigerannt. Ich würd einfach sagen, warten bis wir noch in der Zone ist. Im Busch wieder. Ey, ich hatte wirklich den besten Platz überhaupt? Denk immer noch. So. Ey, Acti, guck mal in den Busch. Man, ihr müsst euch aber bewegen, sonst passiert euch dasselbe wie mir. Was? Ich bin AFK gegangen. Ich würd sagen, hinten aufs Dach, beim Wasser, oder? Öl. Richtig nicht behindert. Unsere Zone haben wir ja vorhin, weil wir Scucci verloren, weil es in Fudge war. Ist keine Fudge mehr? Immer noch. Ehhh, lass mich, wenn du das hörst. Wir fahren hoch zur Öl. Ich bin auch wieder auf dem Weg. Scheiße ey. Eier. Eier. Oh, Junge. Wir sind geradeaus durch, oben. Jeder muss davon nur wieder in den Busch kommen und ja. Keiner darf sterben. Wer sagt denn das, wie ein Busch war? Ihr versteht. Ah ja, das ist ausgeregt. Man weiß auch von Family Nation, die ihr Haus voll haben. Also ich sag euch, wie es ist, ne? Ich sitze im Busch und stucken gerade eine Kippe. Welchen Punkte steht es denn eigentlich gerade gegen? Ich weiß nicht, wann wir es ist. 178 zu 60. Hast du nicht gewinnt? Ne, Angreifer am 178. Wir sind Angreifer. Achso stimmt ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So viel zum Thema dumm und tot. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich schieße mal ein bisschen auf die, um die zu verwirren. Aber das brauche nicht. Dann renne ich ganz schnell wieder, bevor ich tot bin. Ich bin tot, scheiße. Ich bin tot, ich bin tot, scheiße. Wie drücken die denn? Das ist doch nicht normal. Wie lange kann ich ruhig stehen bleiben, ohne dass ich abkage? Keine Ahnung. 5 Minuten höchstens. Okay. Also bei mir war es nur 3 Minuten. Ich bin wieder mal versteckt. Ich heule. Ich find's hier witzig, wie ich jeden von uns hier langfahren sehe und rumlaufen sie und von denen nicht eine Person. Ne, die sind alle auf der anderen Seite. Da, ne, damit sie hier auf die Dächse. Kann das sein, dass ich hier ein bisschen falsch gefahren bin? Ja, die laufen hier alle rum. Oh, ich rauf doch, was meine. Also Hauptreingang, wie es gelangt war, da sind um die 6 Leute oder so. Oder sogar da. Großfamilie. Ich bin vorhin. Wir fahren von hinten rein. Wir fahren von hinten rein. Wir schießen auf alle Gaskontainer. Okay, hier geht's immer weiter. Ich häng schon wieder fest. Also, wir dürfen keine 10 Kills machen da. Die sind so mütig und Haupteingang waren die gerade alle gelassen. Also, mit sich auf den Dächern dann und Haupteingang laufen drei Leute zusammen rum. Meadow, Tupac und Blake, glaub ich. ja ich seh einen, oder? ne ist einer von uns, ne ist einer von uns oh die sind alle hinten bei mir soll ich dir helfen? wo ist hinten? die sind alle low scheiße also die sind zu viert die dürfte nicht alleine pushen ok die sehen mich nicht, ich sitz im Bus alles easy die sind zu viert und zu fünften suchen grad die ich sitz im Busch nein nein äh, über dir, über dir, wer auch immer da ist ich glaub Lasse ne, die direkt über dir und da kommt noch ein, zwei Leute kommen da noch habt sie gefunden das heißt, wir waren alle One-Shot gewesen, weil die in einer Reihe standen gerade, ne? hinter uns, hinter uns äh, Alter, warte mal, hab ich noch einen Mist Leiper überhaupt? weiß es nicht hab ich noch keine Ahnung, fähr den 19 ab, auch du dich die Gegend? warte mal ganz kurz, ich hol mal's ne äh ich hab keine Ahnung, wer 19 ist ja, ich bin dead ich geh mal's ne, das hab ich noch nicht durchgefunden ja, ich fahr die ganze Zeit, fähr dich die Gegend hier, ja hehehe ja, hier sind zwei bei mir ähm ich weiß nicht, ob die Leute sind die Straße hoch versuch die zu überfahren ja, eigentlich darfst du es gerade irgendwie meine Weile nach die werden sich so drüber abfacken, jetzt verfreut mich jetzt schon einer bei mir auf dem Dach jetzt wer rennt denn davon hin? die sind nicht mehr hier, wo sie eben waren kommen wahrscheinlich Richtung euch ja, die sind hier unten auf der Straße jetzt bei mir ich darf nicht sterben ich fahr schnell weg ne, die sind auf Open Field, lasse äh, Steve oh ja, ich seh die haha ich will nicht rausgehen mal gucken, ob der Sultan Kegel da ähm ähm äh, lasse hier ist doch einer unten ach, Digga das ist einfach bei dir getrunken du bist auch geklettert lass uns tot mhm oh, mir fährt ein GTO äh meine Frau abdauern wird es leider ist die Punkte ich sehe einen auf dem Parkplatz, aber die sind blau ja, beim blauen Container das sind zwei Schritte ach Junge, was für'n Abfuck diese hässlichen jetzt kommt einer, die laupte der GTO fährt jetzt nein, 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 wir haben mich ich bin tot Kegel ich mach den VDM-Meister, wenn du den Draft-Meister machst oh, ich bin wieder in der Zona hätte da vielleicht nicht rausschießen sollen noch mit dem Bursch verdammt na, zehn Minuten haben wir noch um die so richtig drive by ok, ich fall's einfach ruh- rein und fall hier einfach rum 60 Punkte Unterschied noch war's man nervt mich nicht ich bin mit nur auf dem Parkplatz mit meinem Wagen du am Herzen du am Herzen geht die Flash noch 10 Minuten ich werde instant vor drei Mann gepusht ich hab dead ja, ich bin dead Ey, das ist taub. Gibt's noch nicht, Alter. Was ist denn mit dir? Nach 200 Metern wiegen sie rechts ab. Jetzt wurde ich doch wahr. Dann haben wir den Pester hier einfach. Aua, 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 aua. Ist davon noch ein Motorrad? Ich glaub, ich seh nicht richtig. Motorradschieben. Brrr. Und auch gleich wieder da. Der Pester war in Bade. Brrr. Zudabler. Ist er tot? Ich hab ihn überfahren. Er kommt noch. Der Pester. Ah, herrlich, Alter. So low, Alter. Die werden so rumragen, Alter, ich glaub's nicht. Wahrscheinlich, ja. Ist halt schuld, wenn die in der Pester greifen. Ich muss aufhören, die kommen. Safe. Wir machen die jetzt weg. Ja, jetzt trappen, warum wir überhaupt weinen. Einer läuft rechts unten. 80 AP, 40 AP, 29 AP. Ab Playlake. Hol'n die. Bitte, bitte hol'n die Tufa. Der kommt auch so rum, ist in Ordnung. Best. Ey. Knie. Sana ist schon kurz so kaputt. Meinst du? Ja, was denn? Das ist doch nur einer. Oh nein. Oh wow. Nein. Was macht das Mädel schon wieder? Das geht doch nicht. Das war meine Nummer 3. Entschuldigung. Scheiße. Lena, das sollst du doch nicht machen. Ich will mich bald umbringen, ne? Das ist doch nicht gierig. Ich soll doch nicht gierig nach Kicks sein. Ich hab gehört, Lena ist heute gierig nach Kicks. War ich gestern schon. Gestern hab ich schon zwei Kicks gehabt und heute der erste. Ich musste gestern auch tot erleiden. Ey. Einmal. Oh. 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 Oh Mann, ey. Äh. Äh. Das ist für dich. Keine Gnade. Keine Schwäche zeigen. Einfach durch mich los. Äh. Äh. Irgendwie. Also Lars, gleich spielen wie eben. Erf Uhr fahren und tot schießen. Wie keiner von uns sind in Notarfen zuzahlen. Ne. Zwei. Oh. Bis jetzt haben wir noch einen Florsprung. Oh. Oh. Oh genau. Wo sind die? Wer ist dann? Oh nein. Bei mir ist gerade einer hier vorbeigefahren. Mit dem Alvodonat. Aber irgendwie bin ich gerade äh. Ist ja gut. Ist ja gut. Bei Öl Detail los. Ich hab einen gefunden. Das muss aber das Wechsel ist im Bereich. Ich mach jetzt erstmal hier. Habe ich gebaut im Umfeld. Der Farb wird aus. Ja, ich hab der auch. Oder der macht das nochmal schlimmer. Der KTO. Das ist so low. Ja. Da war da unten irgendjemanden. Hm. GTO ist voll besetzt. VDF diese Motorrad. Machst du gar... Machst du der Gerät kaputt? Nein, ich hab uns umgebracht. Doch nicht. Mach der Gerät kaputt. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Am Strand sind wir eines zu den T-Runden gefahren. Wer ist hier runter gesprungen? Irgendwo ist hier runter gesprungen. Doch. Ich bin tot. Die sind alle... Also drei Leute am Strand. Einer oben zwei Hunden. Also doch drei Leute. Äh, wovon wovon. Ja, wovon wovon. Am Strand. Oh mittig. Jetzt kommt du auf einmal um die Ecke, Alter. da fahr ich nicht runter du lösst es weg da haben sie es laufen lassen links vorne läuft einer morgen ist auch bei mir ich mache kann ich auf kammer hier oben drin aber schon steht draußen die fahrt der weste das aber ich habe vorne tötet es bevor es eierlich ja was sind warum der war gut der war gut Was? Was sagt die Jury? Oh nice Ich bin wieder da Komm immer meinst du, dass er nicht richtig im Norden ist, oder? Wenn er jetzt noch einer klippen könnte, ey, das wäre schon ein Andeckintendante Ich bin klar dabei, Moment Nice Leute Oh nein, ist okay Er guckt mal rechts ob die Autos vielleicht kommen von denen Damit die Autos abfahren mit Komatsu Oh meinst du? Oh meinst du? Wer hat denn da jetzt grad geflamed von denen? Oh meinst du? Geflamed? Jaja Was hat er gesagt? Könnt ihr doch was anderes so irgendwie so Pack mal auf ihr was anderes können Du fuck wein Ach du fuck Och Mensch Der Arm Lena schreck eigentlich, wenn wir auf die Autos hier warten kommen Wann? Gar nicht mit Absicht Aber jetzt hast du deinen Clips Nee alter Nee alter BV du schickst der Hits Nee Ach komm Ach komm Pass auf, die kommt nützlich ins Bett Ich hab der Lüchs getötet Egal, das gibt erstmal Hashtag Free Steve Oh fuck, ich bin gestorben, ich bin runtergefallen Ne, Quelle macht der Oh, was eh gut deine Der wird zu aus, wenn der das macht Oh Wo sind die Autos? Mann Was hier immer noch Denk ich mal komm Da Der GTO Mois Hallo Spawn BZ 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 Oh, ja Der ist ob ich das nicht nur verlieren die alten regeln hat brock was zu sagen was zu melden jetzt aber alle matzen karten mit dem frei es war hat das er mal mit dem und dann kommt wenn man wenn man was können einer sprung das ich bin ganz oben auf dem turm dran ganz sehr schöner lost gto fährt da lang glaube ich das ist ja noch mal ich bin dazu weil ich meine auto er hat das noch umweist die auto Naja, wenn ich den Chat ballern lese, muss ich auch was anderes denken. Die Mods ballern gerade, ja ja, dann dürfen, ja ja. Ist der KTO auch noch unterwegs? Wo genau ist denn der gewesen? Ja, seitdem. Haltest du hinter uns? Du schießt noch um. Sind bei dir oben. Das ist einer. Ach, die Scheiße. Komm alle zu mir. Ich bin oben auf dem Turm drauf. Drei Leute sind hier oben bei mir. Einer untergefallen. Dann lass mir gerade auf, weil wir die X bestimmt. Ich packe die SMP weg. Von Vodokopera. Ich hab's 116. 100. Ich weiß nicht, auch die X-Core kommt auch noch von denen. Ah, oben 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 oben, Achtung. Ich geh wegschauen weg, da du stirbst. Ich geh zurück. Aha, hab die gefunden. Wow, der. Der ist runtergefallen. Komm jetzt kommt, du hast Deluxe getötet. Wer kommt, einer? Lena? Die pushen euch, die pushen euch. Ich seh die von hier oben. Von oben war auch noch einer. Kommt die immer noch? Weiße, die wissen wo ich bin. Ach, smoke aller. Okay, cool. Okay, cool. Äh, welches Fahrzeug? Ich bin nicht nur noch alleine in der Zone, ne? Besser ist es, weil die wissen wo ich bin. Du musst noch ungefähr 2 Minuten überreden. Ach du Scheiße. Einfach Buschcampen. Einer ist oben auf dem Silo drauf. Ich bin nicht im Busch, ich bin oben auf dem Turm, ist das Ding. Ich hab da oben. Die haben mich schon gespottet. Aber versteck dich einfach. Setzt dich hin, keine Ahnung. Das war jetzt nicht so schlau. Ne. Die springen gerade mit 3 Mann runter. Die suchen den kompletten Boden wieder ab. Was ist denn dahinter? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich muss noch sagen, such meine Hunde, such! Ist der hier? Das ist 80. Das sieht man ja einen Soltan. Boah. Da halt so. Wo hab ich dich wegsiegt, aller? Ich fahr mal auf deinen Gang. Keiner mehr bei uns. Ja, ich bin drinnen. Aber wir haben noch die Punkte. Haupt ein Gang, 2 Leute, 3 Leute. Ich werde schon beschossen. Haupt ein Gang, 3 Leute, die haben sich so hingestellt. Die stehen schon auf dem Türmchen. Einer ist direkt unter mir. Ich bin wohl hier weggehen. Es ist nicht so hin, dass ich die im VTM darf. Komm weg. Ach, der muss man links auch. Ach, scheiß verfickter Gas-Huren-Sund-Punk. Komm raus. Komm raus. Oh, Alter. Haben die mich gerade gelasert. Von allen Seiten. Wenn ich jetzt noch als Einste... Ich hab noch Wässe gezogen. Animationen und dann links, rechts, oben, unten. Wie lange brauch ich zum Einsteigen? Erstmal übelst den heftigen Unfall. Viele sind auch hier bei uns im Gebiet. Und uns. Okay, jetzt müssen sie wohl... Die haben auf mich geschossen. Ich bin unterwegs wieder. Einer ist komplett runtergefallen. Ist das so? Ich lebe noch. Ne, der Typ? Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Abschauen. Ich muss nur jetzt von den Turmen runter. Ab die, wenn ein Auto kommt, ne? Halb auf. Hast du noch Skorpion? Ne, du weißt du, wie du bist oder? Und das Playlight hat mich gerollt. Geh mal kurz fahren. Geh mal kurz kurz machen. Und kopf dir dann passen, Alter. Ich weiß, hauptsächlich habe auch 15 Weihnachtsmützen, Alter. Gute nice lassen. Gute nice lassen. Also, ich bin der, ne? Ich bin auch wieder, äh, in der Ood. Ist das überhaupt noch jemand dort? Okay. Wer bleibt das noch? Oder bist du tot lassen? Ne, der ist tot anscheinend, weil er noch geschrieben hat, dass er drei noch gekommen. Okay. Ja, Moin. Ja, der Nero ist kaum zu bestäuber ein, Alter. Ach, der ist wieder unterwegs. Wir sind gleich da, Steve. Wie viele Punkte brauchen wir noch? Das hat auch was mit der Zeit zu tun. Ja, wie lange geht die Zeit? Ja, ist er. Ei, Ei, Köppen. Ja, da kann ich den Zuschauern gucken, Klasse. Das hat mal gemacht, chemotherapy. Aspett. Das hat in den Zuschauern gefunden. Und wie ist das? Wenn die Mal rausziehen? Ich weiß, was sie ist. Und weil ich die Leute die Leute, die Leute da kennenlernen, gewisse Person guckt meinen Stream an Ja deswegen wussten sie auch, dass ich da oben hänge Ein Crib wird unten vor mir 100 HP Bei den Wasserfirmen Wir müssen jetzt verleißen Toll, jetzt sitzt keiner bei mir im Auto Aber ich bin auch wieder saun Das hat nicht hier gerade noch an den Schienen einer mit dem Auto langgefahren? Ja, das ist die TTO Da ist Eichnam Gegen wen war er? Das ist er gegen Crib, ne? Papi? Das war Tupac? Dann war er, der von mir weggefahren ist Aber da ist noch einer Bei mir ist Eichnam Jo, ich helf den Du bist auf die Gaskontrainer Wenn er mir kommt Ja Wo ist er? Wo ist er? Ah, Dicke! Der steht plötzlich direkt in mir, Alter Was? Hast du ihn? Nein, 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 nein Ich tanze hier gerade um das Haus rum Oh mein Gott, ich habe ihn mit Marfen Ich habe ihn nicht Bei mehr sind 3 still Einer habe ich Der andere hat 80, das Dillocks Nee, der hat noch 28 Wir haben gewonnen Ja, wir haben gewonnen Ja, wir haben gewonnen Dann kann ich da ja weggefahren, ne? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Nein! Nein! Ich weiß nicht, dass du lützt Ich gehe zum Obfennen Jo, same, ne? Adios Hey, what the now? Peace Where is that? User disconnected from your channel User disconnected from your channel User disconnected from your channel Ah Ich weiß nicht, dass du die ist da ja ich hatte gerade die idee guck mal ob man zu sein zum antworten kann die ja bei den alten los sind die geländer hat das genug leute in der kurze von denen wenn man die überzeit das hat glaube ich ja schlechte garten da war es nicht so viele leute ein den mannig hochgehen halten weil man immer gucken oder und die ist überhaupt zwischen barb und jubel aber bevor ich da hinfahren warum stand die soll ja gesicht sein jetzt fährt das richtig kassi noch er steht einfach hier auf random hat jetzt hat es jetzt jetzt die zehnmalen 100 prozent ja es wurde angekündigt Zeit 5K, wir haben 5K von Höhenpetition jetzt bekommen. Und dann steht 2K? Ja, also steht da aber 5K ab. Weil wir stehen auch nur 2. Ja, aber ich habe gerade nachgeguckt. 5K sind mehr auf die Kontrolle von der Gruppenvermöhe. Warum so aktiv? Wenn fragt ihr das? Wo ist wieder O.G.? Ahhhh, Bankabgabe, gleich Wageausbauern. Ja, Bankabgabe ist schon geblieben. Ab innen. Natürlich will ich nicht so frech sein, aber ich will mal kurz was gucken, ob genug von den letzten Daten drin ist. Die Zone wird auch unbeziehbar. Ah, schade. Morgen die Jets-Anteil, Papa? Das ist Schöße mit, äh, 10. Ja, morgen. Nicht genügend da. Das ist schon eine Gruppe. Bauer hat nur 1CV bekommen. Welche Gruppe ist Berger eigentlich? er bleibt in der Nächtigkeit das ist eine Kuppelser Prozent Prozent einer Casino hin also gerade außerhalb vom Vargas ist das kann es auch nicht angreifen die karte über 3 zonen haben zu die entwürze in palito die dinge ist wenn du witteln wie weit nation angreift irgendwann keine ahnung früher haben wie sich oder so dann kriegst du richtig oft nicht was auch beim tipp hier sind jetzt zwei krebs ist ja gut das weiß nicht das sind so viel manchmal woher es drinnen meistens das ist die meisten scherze hochmelden wer noch hier jetzt kann noch was wir wissen dann noch eigentlich alles verdienen ich war wieder hoch zum kasino das war eine Runde Kanzler und und es ist auch die für sie auf die auch noch was ändert sich an hier bis so ein Pisser gewesen, ich hatte so einen Hass, deshalb habe ich den Kinofpilz aber ausgenutzt, damit ich meine Ruhe haben kann da hat jetzt mit zwei Revolter kommt die mal Casino? ja Mello ist da ja 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 ich will auch erst mal ähm Dronen brauchen wir auch nicht angreifen, die sind eh zu viel als mehr ach Digga ähm ich bin gefickten Lass als die Fresse du weißt man jetzt, sie auf Thronanbau oder nicht, ne? das ist hier links an gelaufen so aber äh ich bin dann jetzt auch mal raus für heute alright ja und äh wir sehen uns dann in aller Frühstelle gerne wünschen wir dann auch alle noch einen schönen Abend und dir auch, brauchst du einen ja danke tschüssi hast du das Team jetzt aus? an ja 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 es ist